Yo, yo, was geht ab? Ich bin Rebecca und schaut heute mal ein neues Türchen Nummer 5. Aber nicht lange rumreden, wir haben immer noch unsere geilen Emerald-Blöcke. Oh, das ist lecker. Alles ist ja nach dem Intro. Dum, 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 dum. Yeah. Oh Gott, die Hölle schon. Uh, ich hab gesehen, ihr habt die letzte, letzte Video, also was gestern kam mit dem Türchen, habt ihr hart gefeiert, dass ich so gut gehe, dass ich sogar cutten kann, Leute. Ich und Cutten. Aua. Oh nein. Scheiße, wo spoil ich denn? Ah, warte mal, da hab ich eine gute Idee. Da hab ich. Wartet mal, wartet mal. Wir haben ja diese goldenen Äpfel hier. Das ist einfach ein Clown, den Essen, herunterspringen, hier hoch, mein Scheiß bringt nichts, äh, weiter nach da. Einfach dann hier, weil ihr ja jetzt voll resistent durch den goldenen Äpfel einfach hier hochschwimmen klappt das. Klappt, hat das jetzt grad wirklich geklappt? Ne, oder? Oh, ich bin so ein mieser kleiner Cheater. Ich bin so ein mieser kleiner Cheater. Kommen wir nochmal zurück? Ne, einfach riecht jetzt auch, dafür hast du uns ja die Welt. War gerade schon etwas mies, oder? War wirklich schon hart gecheatet. Oder ist diese Folge wohl doch nur eine Minute lang? Äh, hatte ich so, die ist auch noch nicht. Aber wenn die Entwickler so inkompetent sind, wir können wir goldenen Äpfel geben und sagen, dass man die nicht benutzen darf, was geht denn leider dafür, dann, äh, äh, not my problem. Äh, äh, egal. Hoffentlich, äh, hoffentlich dir diese Folge trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Lali.